Was zum Scheiß Moin und herz Willkommen zurück zu einem neuen Projekt Heute spielen wir Emily Wants to Play 2 Ich hab jetzt eben schon versucht den ersten Teil aufzunehmen Aber der Teil ist komplett verbuggt Du kannst den nicht zocken, es geht nicht Jetzt möchte ich auch gar nicht so lange auf die Vollspannen Fangen wir einfach mal an mit dem Video Ach du meine Fresse Das war so crazy Party Ich bin müde Ach du meine Fresse, das war aber wirklich ein bisschen zu wild Was habt ihr hier veranstaltet? I need to go upstairs Ist der Schalter dafür? Ne Das ist absolut ekelhaft großartig Clunch Clunch am Boden Junge Er hat so ein Eck in seinem Haus So ein Creepy Art Raum und so eine Staukelstelle in der Eck Wieso macht man sowas? So hat man eigentlich 50 Kilometer verloren sein Haus Es sind nur solche Horror-Game-Charaktere, die das haben Ah, mein Bett, interessant Was? Drei Uhr Mitte der Nacht Die Eisarabendglock ist laut Ausmachen Was? What the fuck? Na gut, passt ja alles Lassen wir das Hallo? Ok, abgeschlossen, schade Ich hab schon mal meine Schlüssel gefunden Ich muss aber ja untersuchen, wie mir das Spiel vorgeschlagen hat Ja, ja, ja Da fragt sich auch nicht, was das hier alles ist, Alter Boah, guck mal das Bild, Alter Sag mal Ich höre Schritte, wenn ich sie höre Nein Sollen wir nicht gewidt werden Nein, 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 nein Shit, komm, wasch dein Disches Wasch mal meine Disches Was aber noch einiges mehr zu tun in deinem Apartment Bevor du hier irgendwas machen kannst Zum Beispiel vielleicht mal ne Grundreinigung Wander einfach aus Lass die Bude da Deine ganze Bude ist ein Nightmare, wenn du mich fragst in diesem Sinne Okay, I can't leave for work Was? Was zum? Oh nein War das ein Traum? Von morgen Alles Welcher Vollidiot ist auf diese Idee gekommen Interaktionen auf die rechte Wausstaste zu legen und Taschen aber auf die linke Oh Bitte was? Ganz Emily wants to play Jetzt kann ich alles gleich zurückgeben Ganz ehrlich, es gibt mir nur noch einen Keks Das kannst du auch keinem erzählen Ist ja peinlich fast An 12-2 oder irgendwie sowas Keine Ahnung Das ist eine unkackerte Reihenfolge Nur um alle zu ärgern Wieso war kackig bei allem? Wieso ist das bei mir so? Ich bin grad Black Screen Simulator, merkste Ey, was mach ich denn? Warum ist das immer so? Ich dachte, das wäre eine entspannte Aufnahme, aber ne Das ist schon wieder so typisch, Alter Das ist... Ach, weißt du Ach, die Geräuschkulisse geht mir gerade wie auf Keks Ich finde, das ist halt irgendwo eine Taschenlampe, die mir vielleicht diese Sch*** erleichtern würde Da ist halt wirklich eine Taschenlampe Dieses Spiel ist eine Verwirrung der Welt Also das kann man sich mal auskriegen 1 Perfekt Das ist so dumm, Alter Power is out Ich wollte grad die Power anmachen Was willst du denn? Wir bist ein absoluter Vollidiot Okay, dann mach ich halt was an der Reihenfolge Da wird jedes Spiel zu Try and Error Ich glaub das alles nicht mehr Wunderbar Oh nein Die Power is out Oh nein Zu schlimm Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Was ist das für ein Scheissspiel? Hab ich das jetzt geschafft oder nicht? Das ist 3 Uhr eins, aha Ah, Sandwich Delivery 4 Uhr, Alter Der hat doch nicht mehr alle Ach, Alter Sandwich Delivery Why would you leave? I have more to do Einen Sachen mit, was du zu tun hast Das ist ungefallen I have watched These days Das ist natürlich nicht so Ich will nicht mehr Es muss doch irgendwann mal was passieren in diesem Spiel Why would I leave? Vielleicht eine Sandwich Delivery um 4 Uhr nach schaffen muss Ich hab schon gleich ein bisschen mehr Arbeitswillen I need a child before I go to work I have to go to work What? I keep having that strange stream Hm, na, keine Ahnung Vielleicht sollst du irgendwann auf komische Baderstücke Und irgendwelche Sachen zu konsumieren Das wäre vielleicht eine Idee für den Anfang Anyways I have to go to work Okay, I can leave for work, genau Ich finde, ich sollte Ich guess, es war nichts Das bringt mich zur Verzweiflung Es ist in der Geeklerns Gameplay bitte I wonder, wovere ich will be delivering Sandwiches tonight Das würde mich auch mal interessieren Aha Um, anyone hier? Anyone hier? Have your Sandwich order Hello? Mann Ich bin ein paar Sandwiches hier im Reich Hallo Was zum Scheiß Nee, Alter, oder? Ist doch nicht dein Ernst Oh, und was ist der Dispenser? Ich glaube, ich habe keine Taschenlampe mehr Ah, wichtigste Muss sein So, was können wir machen hier? Okay, jetzt kriegst du dir selber zwei Lass mich raten, wir müssen dafür irgendwelche Schlüsselkarten oder so einen Scheiß finden Ich glaube, hier war gerade der eine Typ drin Aber, bitte schön Was ist das für ein Türgeräusch? Was ist das für ein Türgeräusch? Bitte, erklärst du mir? Das ist genau derselbe abgestürzt Ich glaube, wie aus dem letzten Teil, den ich da gesehen habe Das ist... Sag mal! Was ist das? Ah, ne, gerade vom Gebäude Wir müssen jetzt halt hier Das ist anscheinend der erste Bereich Oh, wir haben anscheinend noch einiges zu finden Aha! Interessant! Können wir eigentlich wieder raus Ich hab die Karre sogar angelassen, Alter Nee Muss ich jetzt nicht tun, damit der Spaß durch die abgeht, Junge Hier ist das eine komische Ding Hier ist Tagged Headers Keine Ahnung, was das ist Was ist denn das hier für ein komisches Ding? Ich stelle das vielleicht auf den Plan Ich habe es nicht gelesen Wo ist Plan? Wo ist Plan? Ohne Plan nichts funktioniert Da Plan, so Central Evidence Okay, da müssen wir die ersten Aua, schauen wir schon, Junge Geht doch, easy Was nun? Researcher bis Oh, das ist die Kiste da jetzt eben Die Jasel Was ist das Ding da drin, Alter? Maxwell steals disguise What the f- Haben wir, ah, ich hab jetzt die Gegner? Ist es soweit? Nee, nee, nee Da hab ich jemals eben die Augenbrauen rausgenommen Vor dem Feuer Das heißt, ich kann mich nur hören, oder was? Ja, geil Keine Ahnung Muss man jetzt wahrscheinlich wieder eine Schlüsselkarte finden Ah, da ein Meetingraum Der Pausenraum Der sonst was rum Film mir die Eden alive Ach, die Subtaste funktioniert ja immer noch geil Äh, okay Mir egal Dank, dass ich mich nicht so richtig am Sack hätte das lassen, oder? Enttäuschung Naja Ich wusste jetzt nicht, wo es hingeht Na, wir müssen jetzt einfach schon so schnell wie es geht eine Schlüsselkarte finden Was der f- Will aber nicht das Büro auseinander nehmen Den kannst du doch outrunnen, Alter Was soll ich denn jetzt die Scheiße herkriegen? Wo gibt's denn denn noch Räume? Ah Okay Ist ja keine Keycard Okay Naja Spam einfach den Button, Alter Vielleicht finde ich irgendwo die scheiß Keycard Das kann ja alles nicht sein Was ein Scheiß Ding Retry Okay, 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 okay Die Keycard fürs nächste Areal sollte ja wohl schlauerweise im nächsten Areal liegen, oder? WTF Bitte nicht Bitte nicht das, was ich denke Bitte nicht, Mr. Tedders Bitte nicht Braucht man irgendwann 9V Batterien? Ah, ich bräuchte welche, aber WTF WTF Ich will da noch eine Keycard Ist ja so viel verlangt Level 1 RER Ah Die Frage hat sich erleden Nein 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 Machst dich selber verrückt Ich sag dir wie es ist Wir müssen aber zu den nächsten Securita Level 2 war hier Hinterhand Kaffee 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 Ha 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 Nächste Stunde Sieflor, geht das? Oh, Neues Achievement Danke dafür Äh, Securita Level 2 Areal Bitte nicht, Mr. Tedders Lass mich noch raus Ich hab das nicht, dass ich ihn so genannt habe Mit Stimme ist er kommt mit am Arsch Aber naja Nächste Video Unterhaltungsmöglichkeiten Oh, Neues Scheißding Alter Ganz ehrlich Warum weiter Ich glaub es noch einmal Keycard finden Das mach ich jetzt noch Ich will in Level 3 rein Also ganz ganz schnell jetzt Sag mal Maxwell Was ist denn hier los? Der Maxwell Oh tatsächlich Das macht mich tatsächlich immun gegen den Wo ist Kiki? Wo ist Kiki? Da ist Kiki Die kann ich leider nicht taggen, Alter Nicht so wie Tedders Ne, 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 seh nicht Boah Irgendwann diese verdammte Keycard Mann Das ist doch nur eine Keycard Das hast du viel verdammt schon Ey, 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 ey Komm in die so, komm in die so So Solange wir Kiki nicht haben Kiki Geht das ja mit Maxwell Also viel dazu Ein bisschen so in Otto Aber naja, jetzt in Ordnung Jetzt versuche ich jetzt die Keycard hier auftreiben Ach Mensch Komm, die eine Keycard kriege ich noch Die kriege ich noch jetzt Diese Folge, bitte Okay, dieser Raum ist noch ungenutzt Irgendwie ist nix Schnauze Schnauze hab ich gesagt Meine Güte Okay, das Spiel macht doch ein bisschen Spaß Ich dachte, wie es ist Das Spiel macht ein bisschen Spaß Ich fange gleich zu den ersten Obwohl ich überhaupt nicht starten konnte Ach man Maxwell Mann, ich wollte nur ein schönes Gaming-Video machen Bitte Lass mich, bitte Tschüss Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es Oh mein Gott Scheißvieh, Alter Können die überhaupt die scheiß Keycard sein Da Meine Fresse Oh Alles klar Oh was in diesem Areal passiert Sehen wir erst in der nächsten Folge Und wenn ihr die nicht verpassen wollt Abonniert ganz gerne diesen Kanal Liked das Video Kommentiert, was auch immer Würde mich sehr freuen Und unterstützt meinen Channel sehr Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao